Ähm, hier steht ein hässliches Auto. Mal reinschauen gehen. Hallo? Gehört Ihnen das hässliche Auto? Nein, mir gehört das schöne Auto. Es gibt kein schönes. Ah, fuck. Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von GTA. Wie heisst das hier? Drug Wars? Einerseits ist das jetzt so, dass die alten Teile alle auf Schweizerdeutsch waren. Und jetzt ist das schön auf Hochdeutsch. Es tut mir leid, wenn die Leute, die das in der Zukunft sehen werden, vielleicht aus irgendeinem Grund die alten Teile sehen wollen. Tut mir leid, ich geh. Tschüss, tschüss. Wie ich halt gesehen habe, ist der letzte Teil vor ganzen 12 Wochen online gekommen, wenn man das hier sieht. In den letzten 11 Wochen sind nur Scheißvideos gekommen. Also jetzt geht's wieder ab. Jetzt legen wir richtig los. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video gefällt. Und wir starten jetzt rein. So, begebe dich zu Human Labs. Dieser Typ redet jetzt die ganze Zeit. Das ist natürlich ein bisschen blöd für die Ausnahme. Halbe Bibel, ganzer Hurensohn, kurz gesagt. Es ging um. So, und jetzt sind wir schon fast bei den Human Fall Labs angekommen. Okay, äh. Au! Ich wollte euch vorlesen, was wir machen wollen. Wieso haben wir nicht ein besseres Fahrzeug genommen? Wir sind komplett falsch. Auf der anderen Seite vom Gebäude. Oh, man. Egal, wir schaffen das. Wieso haben wir nicht ein gepanzertes Fahrzeug genommen? Also, ja. Also, aua. Oh, fuck. Ah! So wird es nie was. Hier außen rum, oder? Ja, das ist natürlich, äh, jetzt blöd. Unvorteilhaft. Äh. Ist das ein Lift? Tür ist auf. Hallo. Ich hab noch gar nicht verstanden, was wir machen müssen. Also, was wir klauen müssen. Ich schätze Drogen. Um das geht es ja hier. Suche im Ladebereich nach Informationen. Ah, hier. Hast du was gefunden? Fotografiere, ja. Weiter. Ey! Hier muss man... Oh, hier kannst du eh. Ach, eh. Oh, hey, eh. Achtung, Achtung, Achtung! Ja, ich, äh, ich mach hier. Ja, ich, ich kann nicht. Oh, du bist auch gerade. Wir jetzt kommen noch wieder. Ja, ich dachte mir auch gerade. Drei von fünf. Wir müssen anscheinend noch auf EGZ-Anzug mit einem richtig geilen Make-up. Also, ich sag ja nicht nein. Neues zum Ausprobieren. Ah, da unten haben wir parkiert, stimmt. Oha, ja, siehst du, ne? Ich hab nachgedacht. Weißt du. Ja, das war geplant. Einfach fahren. Einfach fahren. Einfach fahren. Zum Glück hast du den besten Fahrer der Welt bei dir. Ja, das will ich zuerst sehen. An alle Zuschauer. Applaudiert für ihn. Schreib deinen Kommentar, wenn es sei. Schreib deinen Kommentar mit einem Applaus-Emoji. Der, der die meisten Applaus-Emojis reinschickt, wird angepinnt. Okay. Äh, raus. Der Zug ist anscheinend irgendwie unterwegs. Wir müssen den jetzt abfangen. Ja, direkt. Ah! Oh, Jesus. Ich seh'n bisschen schnell unterwegs für so einen GTA. Wieso bin ich jetzt hier oben? Oh, der ist explodiert. Ja! Komm! Hopp! Hopp! Äh! Es ist nicht der Zug. Es ist... Hier drüben stehen wieder... Was müssen wir das Auto hier? Nein. Oh, hier ist ein Bauarbeiter. Hier. So, jetzt haben wir die Schleifmaschine oder was das auch immer war. Wahrscheinlich jetzt... Wahrscheinlich jetzt... Jetzt müssen wir zur Zugunfallstelle. Mich wundert es, dass der so weit gefahren ist. Hier sind Chemikalien explodiert, also nicht so geil. Ähm... Abschiessen. Ja, da bugts ein bisschen oder bin ich einfach auf Drogen. Magic. Da buggt etwas ein bisschen gröber. Ich weiss aber nicht, ob das im Spiel so gewollt ist oder... Ähm... Was? Was ist das da vorne? Oh, 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 oh! Wir bekommen Schaden. Raus hier! Raus hier! Weg hier! Oh, hier ist jemand... Hier war jemand. Aber was müssen wir jetzt... Wir müssen hier... Die Teile aufschleifen. Wieso hast du jetzt auch einen? Ja, das ist die Magie. Magik! Hast du was? Ich hab nichts. Und du hast das ja gekauft. Wahrscheinlich in jedem Wagen ist mindestens einer. Wahrscheinlich. Ja, es sind fünf Wägen. Ich hab das irgendwas... Dings da. Ich hab es auch. Ey, das endet gar nicht gut. Aber der Helikopter geht weg. Oh Scheiße, von wo? Wer von wo? Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich snack hier die ganze Zeit. Ey, ich muss hier schnell rein. Irgendwo ist noch ein Wagen. Ah, weiter da hinten. Ach nee, ey. Die Helikopter sind ganz böse. Verdammt. Ja. Gib mir Rückendeckung. Ja, wie... Ja, ich schleif hier, Mann. Ja, schleif du mal. Ich schleif hier auch noch runter. Du kannst schon mal zum Auto gehen. Und das holt der ganz hinten, wo wir parkiert haben halt. Nein! Ich bin da! Oh no! Aber wir haben noch ein Teamleben. Komm! Komm! Hier! Oh, sorry! Nein! Hier unten ist aber noch ein Truck. Wir müssen den Truck mitnehmen, Jamie. Ja, dann ab zum Truck. Yo! Ah! Rückwärts am Rüsten. Oh! Wäre gut, wenn du... Oh! Wenn du gut hier wegkommen würdest. Oh nein! Oh nein! Es geht nicht so gut, wie es vielleicht aussieht. Chill mal. Wie kann man mit dem Teil langsam fahren? Und jetzt mal eine Boulder Vita-Welt. Was denn, Großer? Ich hab mir heute Vita-Welt gekauft. Fahr einfach. Mach den Lewis Hamilton. Bah! Fahr! Ich glaub, der hat ein Problem mit uns, der Helikopter. Kann das sein. Kann ich nicht verstehen. Das Teil hat einen Wendekreis von einem LKW. Badum! Haben eine freie Bahn von uns. Perfekt. Bis sie dann wieder spawnen. Dann nicht mehr. Ähm... Von links, ja. Damit... Äh, ja. Ich hab nichts gemacht, aber... Also doch, ich hab geschossen, aber ich hab's nicht getroffen. Stell ich mir runter. So, jetzt ein bisschen bremsen. Äh, wir müssen ja runter. Oh no! Das Teil ist ganz hart, Junge. Schnell fährt das Teil besser um die Kurve als langsam. Nein, nein! Bruder, we made it. Ich dann. Jamie. Lass ein Like da. Und damit... Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen und... Neh mal wieder. Ähm, nein. Bis university. Genau. illing. Deswegen kann man ja hell apprendre. Ich hab das Gefühl. True the fuck like, wo ist das ist. Da eben nicht immer warum. Wir seien nach Zeigerland... Er lieks. ird mean. Es llevar nichts, der Ideally ist ganz ehrlich. Wir 이거는. Und zwar das Leben, und zwar es l externally gibt. In den nächsten Syria, ich halte mal das virtualour baskets.